Bei meinem heutigen Besuch in der Gino Zoo gab es leider nicht allzu viel zu sehen, weil die meisten Tiere auch mit der Hitze zu kämpfen hatten. Und ich zum Beispiel die Wölfe, wegen denen ich eigentlich da war, gar nicht zu Gesicht bekommen habe. Die haben sich voll in den Schatten verzogen. Ganz anders diese Monkeys. Seht selbst. Viel Spaß. Sollte Zutaten, der Gino, die Wölfe, die Wölfe, die Wölfe und die Wölfe, die Wölfe, die Wölfe und die Wölfe. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.